So, dann haben wir noch eine Geschichte, die haben wir eigentlich vor ein paar Monaten genauso schon mal durchgespielt. Man muss nur das Wort Twitter durch Reddit ersetzen. Nämlich Twitter hat die Third-Party-Clients abgedreht, Reddit möchte jetzt die Third-Party-Clients abdrehen. Dann sagen sie, nee, nee, die sind voll wichtig, unsere API-User, aber wir möchten gerne 20 Millionen Dollar von dir. Ist im Grunde die gleiche Geschichte. Reddit möchte an die Börse gehen und hat da mal geguckt, was mit diesen API-Clients ist. Gleiche Geschichte wie bei Twitter. Twitter-Clients haben Twitter groß gemacht, Reddit-Clients auf den Mobiltelefonen haben Reddit groß gemacht und unter anderem auch. Und jetzt die gleichen Geschichten, es ist einfach eins zu eins die gleiche Geschichte, nur dass halt nicht so ein völlig wahnsinniger bei Reddit an der Spitze steht, aber das Verhalten ist das gleiche im Grunde. Es gibt also hier zum Beispiel auf iOS gibt es den Apollo-Client und eine ganze Handvoll andere. Auf Android gibt es eine Handvoll von anderen Clients für Reddit und die haben nur alle, also fast alle haben die gleichen netfreundlichen E-Mails bekommen, dass sie jetzt also für den API-Zugriff zahlen dürfen. Und zwar pro Request, nicht pro User oder sowas, sondern pro Request müssen sie jetzt bezahlen und halt richtig ordentlich viel. Der Apollo-Client, der ist jetzt, das ist mehr oder weniger so eine Ein-Mann-Geschichte. Und der sagt halt auch jetzt, der hat das mal nachgerechnet für das Aufkommen, der hat so eine Million User mehr oder weniger. Eineinhalb, ja. Der hat irgendwo geschrieben 900.000 Aktive. Ich weiß nicht, wie viele dann tatsächlich und so. Okay, im Interview hat er 1,5. Da habe ich auch, da war eine kleine Diskrepanz drin. Egal. Egal, auf jeden Fall schon viele für einen Entwickler und so, aber jetzt nicht unendlich viele. Und halt für dieses Aufkommen von Requests, die diese User erzeugen, also 20 Millionen im Jahr. Jetzt hat der zwei Probleme. Zum Ersten hat er das Problem, der müsste also erstmal irgendwie 20 Millionen Dollar von seinen Usern einsammeln, um das abzudecken. Das ist schon schwierig, weil du müsstest irgendwie also mindestens mal 20 Dollar von den Usern einsammeln plus den Anteil von Apple und vielleicht braucht der für sich und seine Katzen auch noch was zum Essen. Also müsste der halt für diese App 30 Dollar aufwärts verlangen von diesen Usern. Oder er müsste es querfinanzieren, seine Gratis-User, seine bezahlten User. Das ist schon mal schwierig. Bis er soweit kommen würde und irgendwann für den nächsten Abozyklus von seinen zahlenden Kunden das einsammeln könnte, hat er das zusätzliche Problem, dass der Jahresmitgliedschaften verkauft hat. Und der hat jetzt 50.000 User auf seiner App drauf, die für die nächsten 1 bis 11 Monate Jahresmitgliedschaften haben, wo er im Monat für diese 50.000 User halt Zehntausende von Dollar an Reddit rüberschieben müsste, die der schon lange nicht mehr hat. Weil die hat er ja vor Monaten von diesen Usern eingesammelt und es reicht einfach nicht. Das heißt, wenn er jetzt auch selbst, wenn er aufgeben würde, würde er in die gleiche Falle wie die Twitter-App-Entwicklereien laufen, dass er also unzufriedene Kunden hätte, die bezahlt haben, aber die die Leistung nicht bekommen, weil Reddit das dann abgedreht hat auf sehr kurzfristige Note, nämlich 30 Tage Zeit. Und die dann natürlich von Apple das Geld zurückhaben möchten. Also gleiches Problem, dann hättest du halt wieder diesen Screen in deiner Apollo-App drin, wo drinstehen würde, ey, diese App wird eingestellt. Willst du einen Refund oder nicht? Und dann müsste er halt das Geld wieder rausrücken. Also wieder gleiche Geschichte, alle verlieren, alle unglücklich und es macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, also und Reddit kann ich mir vorstellen, nachdem ihre eigene Web-Erfahrung absoluter Dreck ist, dass da halt sehr viel über mobile Nutzung passiert und ihr eigener Client ist halt auch nicht berühmt. Das war auch mal eine Start-Party-App, die sie eingekauft haben. Alien Blue ist die. Genau, und die, ich weiß nicht, wie, was die da treibt. Also sie haben es auch maximal bescheuert angekündigt. Sie haben vor einer Weile, war ein New York Times-Artikel, da steht drin, nee, nee, unsere Reddit-Apps, die sind uns voll wichtig. Also Reddit-Apps, die unseren Viewsern helfen, Reddit zu erfahren, die drehen wir nicht ab. Was sie gemeint haben, waren so Bots, die irgendwie so automatische Kommentare generieren. Was einfach damit nichts zu tun hat. Nie die Bots angreifen. Ja, also Dreck, Riesentreck. Wenn ihr das anhören möchtet, der hat ein Interview mit dem Quinn Nelson, aber ja. Ja, was die Dramatik so ein bisschen dieser ganzen Sache zusammenfasst. Was lustig, wenn man Witze daraus überhaupt erzeugen sollte, als die Twitter-Diskussion, als wir die geführt haben vor einigen Wochen, Monaten, da kam genau das Gleiche auf. Die Frage ist so, naja, Twitter ist auch ein sehr einzigartiges Beispiel, weil wo gibt es denn sowas noch, wo viele Third-Party-Clients auf eine freie API irgendwie setzen und dort ihr eigenes Ding machen. Und irgendwer hatte da die Hand gehoben und gesagt, bei Reddit ist das doch so, oder? Und also es gibt, glaube ich, wirklich nicht viele Fälle, wo das wirklich so ist. Aber das war ja so wirklich seit 17 Jahren oder so gibt es diese API oder also wirklich ewig lang und dass das jetzt irgendwie innerhalb von 30 Tagen sich zu einer komplett anderen Lösung wandeln soll. Das ist extrem unrealistisch und leider scheint die Führungsriege bei Reddit auch irgendwie komplett irgendwie stur zu sein und da sich auf nichts einzulassen. Ich hoffe, dass der Backslash irgendwie, das Feedback darauf entsprechend harsch auch dort wahrgenommen wird, weil das ist natürlich tragisch für die einzelnen betroffenen Entwickler, aber ich glaube auch, Reddit schießt sich eher ernsthaft ins Bein. Also ich kann schon verstehen, dass das mit der kostenlosen API keine tolle Lösung war, aber es ist halt noch irgendwas, worüber man mal sprechen könnte. So, das sagt ja auch zum Beispiel der Apollo-Entwickler, der sagt so, verstehe ich, also die kriegen keine Statistiken von mir, die können keine Werbung schalten, ist aber auch deren Entscheidung so. Also die könnten mir eine API liefern, Werbung in meinen Client rein liefern und die könnten auch vernünftige Bezahlmodelle vorschlagen, also irgendwas Realistisches, wo dann wirklich ein Third-Party-Ökosystem existieren kann, neben der offiziellen ab. Und das wird halt immer im Anführungszeichen, also Third-Party-Applein halt immer Nische bleiben, aber die schaffen halt Dinge, die die offiziellen Firmen dann manchmal nicht schaffen. Also die machen zum Beispiel einen guten Client. Der offizielle, der ist, ich habe mir den jetzt auch nochmal runtergeladen, ich meine, das ist, ja, so wie Twitter, ist halt echt ein bisschen Quatsch. Also der zeigt schon was, aber was der zeigt, ist völlig, völlig unklar und ich weiß nicht, also es ist kein Vergleich zu Apollo einfach, die einfach wohl ein Ein-Mann-Studio einfach einen tollen Zugang zu der Plattform darstellt. Und das zeigt ja auch, dass, er sagt in einem Interview auch, er wollte einen Reddit-Client, der mehr sich in iOS zu Hause fühlt. Ja, genau. Und das hat er auch gemacht. Das ist eine App, die halt alle Funktionen, die iOS so bereitstellt, bis zu Shareplay irgendwie abdeckt. Ja, und das kann, diese ganzen iOS-Feinheiten unterstützt er halt. Und das ist, ich glaube, das sehen viele auch nicht so. Also das ist ein Ding, was das iPhone funktioniert so gut, weil es wie ein iPhone funktioniert. Und wenn Apps sich da gut einbinden und da gut mitspielen, dann werden die auch von fast alleine so ein bisschen erfolgreich, weil die sich einfach zu Hause anfühlen auf dem System. Und er sagt, er hat, glaube ich, 10 Prozent zahlende User, was echt ziemlich gut ist. Das gibt aber jetzt in der Summe, wenn man das so über den Daumen irgendwie, so eine Million im Jahr macht er da schon raus, was super cool ist für ein Ein-Mann-Ding. Aber wenn halt jetzt, dann ist immer noch 19 Millionen Short jetzt. Das ist so. Ja, das, ich bin mal gespannt, wie sich die Entwicklung, also ich meine, du kannst ja eigentlich, würdest du sagen, wie hoffst du darauf, dass Reddit vielleicht ihn und seine App irgendwie intern nimmt. Aber dann, das ist natürlich keine generelle, dauerhafte Lösung für den einzelnen Entwicklern, vielleicht nett, aber die anderen, es gibt wirklich auch viele gute andere Reddit-Clients noch auf iOS. Also, Nawal habe ich beispielsweise auch gerne verwendet und ich weiß nicht, ob, also ich bin mir recht sicher, dass Reddit sich keinen Gefallen tut, diese Entwicklung an dieser Front einfach abzudrehen, weil das ist, da sind viele gute Ideen entstehen da. Und wie wir schon gesagt haben, sie waren selbst, haben sie sich einen eigenen mobilen Client reingeholt, weil es vorher da keinen Zugang gab. Und die Plattform schießt sich in den Fuß, muss man ernsthaft so sagen. Das ist, ich glaube, niemand würde in Zweifel ziehen, dass einfach ein vernünftiges Bezahlmodell eine gute Idee ist. Und man kann über Details dann immer streiten, aber das ist ja, das ist ja wirklich so ein Bezahlmodell, wo du sagst irgendwie so, wir wollen nicht nur irgendwie unsäglich für Geld, sondern wir wollen so wirklich, wir wollen es extrem unbequem für dich. Also es ist ja keine realistische, das ist ja kein realistischer Vorschlag. Das ist, wenn jemand ankommt halt mit so einer utopischen Vorstellung, die einfach fernab der Welt ist. Das ist ja so ein bisschen, ja, Gaslighting hat, glaube ich, jemand geschrieben auf Masterdon. Weil es ist nicht einfach nur irgendwie, wir machen die jetzt mal kostenpflichtig, sondern es ist wirklich irgendwie so, wir treten auf diese Leute ein, die für unsere Plattformen, die unsere Pappen populär gemacht haben und mobile User zu uns schickt. Und dann ist auch eine ganz komische Geschichte, dass also die Reddit-Developer-Abteilung aktiv gegen Apollo schimpft, weil die zu viele API-Calls verwenden würde. Also andere Apps generieren pro User nur am Tag 100 API-Calls und Apollo-User benutzen irgendwie 300 API-Calls am Tag. Das ist alles so nichts, das kostet ja nichts, also das kostet schon was, aber das kostet keine 20 Millionen im Jahr. Und natürlich werden Apollo-User auf dem iPhone wahrscheinlich auch ein bisschen aktiver sein als jetzt, weil die einfach so Power-User sind, Reddit-Power-User, weil die das irgendwie da viel Zeit reinstecken und so. Ich habe auch erst jetzt aktiv angefangen, Reddit zu lesen, nachdem ich Apollo installiert habe, weil das einfach viel angenehmer ist als der Rest, weil es halt unbenutzbar ist. So wie Twitter auch, offizielle Twitter-App, offizielle Twitter-Website, absolut unbenutzbarer Dreck ist. Und das ist das gleiche Spiel hier. Sie könnten, Reddit könnte auch sagen, okay, wir haben keinen Bock mehr auf den Quatsch, Third-Party-Apps sollen weggehen. Dann sollen sie das aber auch einfach machen und sagen und ey, wir haben keinen Bock mehr drauf, wir können das viel besser und schmeißen den einfach raus. Wäre auch eine legitime Option. Ist deren Website, können sie machen, was sie wollen. Alles legitime. Wäre ebenso dumm, aber zu sagen, nee, nee, die sind uns voll wichtig, aber wir machen den Preis so hoch, dass sie es nicht bezahlen können, ist halt Dreck. Im Interview hat er zum Beispiel Dark Sky angeführt, was ja von Apple übernommen wurde und die hatten ja irgendwie eine zweijährige, dreijährige Übergangsphase, was halt auch völlig okay wird. Dann ist halt das Business kaputt, aber du kannst halt irgendwie sagen, okay, also die Jahresabos gibt es halt einfach dann jetzt nicht mehr und dann können Leute vielleicht, vielleicht betreibe ich das halt irgendwie noch diese Endlaufzeit weiter und dann enden wir das Business und das ist auch alles okay so, aber halt nicht 30 Tage. Es ist halt, also ich bin ernsthaft eine Frage, ob da wirklich nicht jemand nachgedacht hat oder was die für Probleme haben, solche Preise anzusetzen und dann sich so stur zu verhalten. Ich nehme an, das hat mit dem geplanten Börsengang zu tun und da haben mal die Steuerberater und die Rechtsanwälte die Rechnung durchgeschaut und sind halt da irgendwie drauf gekommen. Weil es scheint ja auch noch andere API-Clients zu geben, die so sehr, sehr, sehr weit über allen Limits sind, die nie eingebloggt wurden. Und da sind aber diese Apps für User sind da nicht dabei. Das sind irgendwelche anderen Anwendungen, die halt Reddit scrapen, um halt möglicherweise Text für Large Language Models reinzusaugen. Okay, schmeiß die raus, aber lass doch die Apps, damit die User in der Lage sind, den Text zu generieren, auf dem ihr dann auch lernen möchtet. Aber da müsste man ja an der Schnittstelle von dieser API sitzen und man müsste sie bedienen können und man müsste, weißt du, scheint das bei Reddit Probleme zu stoßen, dass das jemand da bedienen kann, oder? Ja, und das alte Ding, was ja bei Twitter auch, also was Twitter ja auch nie gemacht hat, ist halt dann die verdammte Werbung halt auch einfach durch die API zu pumpen. Also ich meine, das ist ja, das ist mir bei Twitter immer unverständlich gewesen, warum sie, ich meine, ich war froh drum, dass sie es nicht gemacht haben, aber es ist immer völlig unverständlich, warum das nicht passiert ist. Und ja, klar, ich meine, das hat natürlich sicher einen eigenen Berg von Problemen bei der Umsetzung. Du hast halt keine Kontrolle mehr. Feedback und sowas. Ja, Feedback-Loop und Kontrolle darüber, wie die Werbung halt ausgespielt wird und so weiter und wie mit diesen Werbeschaltungen interagiert wird. Das ist sicher ein ganzer Berg von Problemen, die extrem komplex und schwierig sind. Aber auf der anderen Seite ist halt, also ich meine, bei Reddit ist interessant, weil ich kenne natürlich oder benutze auch manche von denen, Apollo zum Beispiel ist natürlich, ist ja wirklich der Klassiker. Und, aber ansonsten ist bei mir Reddit immer, wie soll man sagen, Reddit war bei mir wirklich, in meinem Kopf ist Reddit einfach wirklich eine klassische Webseite oder ein klassisches Forum, wenn du so willst. Also einfach etwas, was ich im Browser besuche und mit dem ich im Browser interagiere, was auf dem iPhone dann natürlich bricht. Aber Reddit ist halt auch was, mit dem ich auf dem Desktop interagiere. Und deshalb habe ich diese, in meinem Kopf war Reddit nie etwas, was ich groß mit einer App genutzt habe, weil, wenn ich Reddit genutzt habe, habe ich es auf dem Desktop, in einem großen Browser auf dem Desktop benutzt. Und Twitter war halt immer genau umgekehrt. Das habe ich einfach nie im Browser auf dem Desktop benutzt und das war halt immer etwas, was, wo die App primär im Vordergrund stand und wo das halt komplett kaputt gegangen ist in dem Moment, in dem Twitter gesagt hat, ey, wir schmeißen jetzt die besten Apps raus. Also wir sägen die einfach ab und es geht halt nicht mehr und du musst halt die Twitter-App nutzen, die halt wirklich aus der Hölle ist. Abgesehen, dass Twitter inzwischen ja sowieso aus der Hölle ist, aber ja, also die Basis war halt weggezogen. Und bei Reddit hatte ich das einfach, das war für mich gar nicht so ein, einfach von meiner persönlichen Nutzung her gar nicht so ein aktives Ding, dass ich diese Dritt-App so als Wichtigkeit begriffen habe. Ich bin da voll bei Timo, weil, also ich habe echt erst angefangen, seitdem es Apollo gibt, weil, also das war irgendwie so unvorstellbar, diese Webseite zu benutzen. Und ich komme ja manchmal auf diese Webseite, auch vom Desktop und bin komplett verwirrt einfach, was das alles bedeutet. Und es sieht halt komplett anders aus. Also ich blicke da ernsthaft nicht durch, in welchem Subreddit ich bin, ob ich eingeloggt bin, was da für Pop-Ups hochkommen und so weiter. Das ist mir, also Apollo strukturiert den halt auf eine Art und Weise, wie er verständlich für mich wird. Mit Kommentaren ein, ausklappen, Kommentare sortieren, die verschiedenen Timelines anzeigen, in Anführungszeichen Timelines, so deine persönliche und die populäre. Also es ist halt auch sehr viel Entertainment natürlich, ne? Also das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man da, also wenn ich das jetzt weniger nutzen würde, vielleicht würde es mir auch gut tun. Also, dass man da nicht so viel Zeit mit den Memes dieser Welt verbringt, aber es ist halt auch viel Unterhaltung und das kann ich, das kann ich so gar nicht am Desktop. Also das ist so völlig unrealistisch für mich. Ja, es gibt oder gab ja noch diese old.reddit.com, wo so ein altes Interface noch drin ist, das werden sie wahrscheinlich auch absägen. Das war halt noch ein bisschen erträglicher, weil es halt nicht so eine, so eine JavaScript-Hölle war, die, das ist alles nicht, alles nicht schön. Aber wenn sie möchten, dann sollen sie das halt abdrehen und dann werden sie mal sehen, was sie davon haben. Ja, also ist, so eine, so eine Plattform, die kann auch von heute auf morgen, kann die einfach weggepustet sein. So, man erinnere sich an Dick zum Beispiel, ja, das war einfach von heute, das war ein Riesending, ja, und das war, da gab es so die Storys des Tages immer zu lesen und der Algorithmus hat irgendwie funktioniert, um die Storys hochzuspülen, also D-I-G-G war das damals und der passende Podcast dazu, Dignation, das war ein großer Spaß damals und, ähm. Wir waren alle jünger, es war Spaß, ja, und, ähm, dann haben die irgendwann mit ihrer Seite irgendwie Redesign, zack, weg, ja, und wurde halt von, von, äh, unter anderem Reddit auch übernommen, was da so an, an Geschichten durchgeflossen ist. Und, und, ich weiß es nicht, ähm, was die geritten hat, ich hoffe, der kommt da, ich hab, ich hab dem Developer von Apollo geschrieben, dem Herrn Selig, verkauf dein Apollo oder stampf ihn ein oder irgendwas, egal, er soll sich halt auf Pixelpals 3D in VR konzentrieren. Weil, wenn auf dieser verdammten Brille irgendwas läuft und es ist wie ein verdammtes Tamagotchi und du musst dem Tamagotchi halt die ganze Zeit irgendwie Essen geben und Spielzeug kaufen, dann hast du einen Strom von unendlichem Geld von Innerkäufen, wo du, weil halt dein, dein, dein iPhone, auf deinem iPhone sagt dein Pixelperl irgendwie, ey, komm, ich hab Hunger, geh mal auf die Brille und kauf mir irgendwie ein Stück, ein Stück, ein Stück Dingsbord. Der hat ja, der hat ja, für einen kurzen Moment hat er ja mit Pixelpals mehr Geld gemacht als mit dem Apollo, weil das Tamagotchi-Prinzip natürlich 1a funktioniert und super dafür geeignet ist, in Mikrotransaktionen irgendwie Geld zu scheffeln, ja, und dann lacht er über die 20 Millionen und bezahlt die halt aus der Portokasse, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das quer zu finanzieren. Aber andererseits macht's auch keinen Sinn, weil das, die, die Last, die diese App auf die, ähm, Reddit-Server bringt, das ist dieses Geld einfach nicht wert. Das ist kein Zusammenhang. Es gibt halt, also diese unflexible Haltung, ich glaube, das ist das Problem und ich glaube, dass Abschlussworte waren irgendwie so, so Kleinigkeiten könnten einfach schon helfen. Was wäre denn zum Beispiel, äh, wenn du einfach sagst, okay, du, du Apollo, du darfst zum Beispiel nur noch bezahlte Kunden haben, ja, die dir auch wirklich Geld einbringen. So, das kürzt schon mal extrem viele Leute raus und dann gestaltest du ein Preissystem, wo er Apple bezahlen kann und gleichzeitig noch was verdient und, äh, entsprechend an Apollo was abgibt, äh, an, 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 an Reddit was abgibt. Und das sind dann einfach so kleine Nummern, bezahlte Third-Party-Client, weißt du, das ist einfach so Nische in den Dimensionen von Reddit, wo du einfach sagen kannst, du, das gönnen wir uns so. Da wird auch keine, da wird auch keine Börse nach schreien oder so, das ist einfach, das kannst du auslegen, kannst du, kannst du Manager-Meeting machen, kannst sagen, ja, das ist super, weil da kommen, da kommen wirklich die guten Nutzer, kommen da her, da kommen die Ideen, da wird Interaktion passiert auf unserer Plattform, so, das kannst du super verkaufen. Es gäbe so viele mehr Möglichkeiten, das zu drehen, ohne das so dumm zu machen wie jetzt hier. Du könntest auch sagen, der User muss Reddit, Reddit Premium kaufen, damit er einen Third-Party-Client verwenden darf. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. Hatten wir auch bei Twitter schon alles durchgekauft, wäre da? Stimmt, der hat recht, hast recht. Verlang halt deine 8 Dollar für, für Twitter Blue und dann kannst du Tweetbot weiterverwenden. Ich hätte es ja vielleicht gezahlt, ja, weil, einfach um Tweetbot zu behalten, aber so kriegt er halt, äh, es ist halt, ist halt Dreck. Aber so ist das jetzt, ich hoffe, der kommt da gut raus und auch die anderen Entwickler, hat er auch gemeint, so viele, ähm, weil auf Android, so das Bezahlen irgendwie nicht so, äh, populär ist, dass halt irgendwelche Reddit-Android-Clients dann, äh, Google AdSense reinkleben. Ja, und das ist dann auch verboten. Das ist also diese, diese Finanzierungsmöglichkeit für die Android-Apps auch wieder gestrichen. Ja, was natürlich, ist natürlich verständlich auch, dass du das, äh, damit nicht konkurrieren, oder das wird, du willst da Google AdSense dann nicht als Reddit in diesen Third-Party-Clients haben. Aber dann bist du halt selbst am Hebel da auch was gegen zu tun. Ja, also, ich glaube, das war es dann mit diesem Web 2.0, weil diese ganzen APIs, die sind alle weg, sind alle wieder abgedreht. Gibt es noch irgendeine Web-App, die irgendwie diesen freien API-Zugruf hat? Was ist Flicker? Gibt es das noch? Ja, 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 Flicker habe ich auch gedacht. Ja, gibt es noch. Ja, gibt es noch. Ja, aber auch da noch der Upload aus irgendwelchen Aperture irgendwie noch funktioniert. Aus Aperture auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Ein Snow-Limper. Naja, gut. Gut.